Hi und herzlich willkommen auf Renjas Backwelt. Diese Bällchen sind nicht nur ganz schnell gezaubert, sondern gesund und wahnsinnig lecker. Und das sind die Zutaten. 150 g gemahlene Mandeln, 200 g Datteln, 1 Esslöffel Chiasamen und 1 Esslöffel Mandelmus. Zuerst entkerne ich die Datteln. Dann fülle ich alle Zutaten, also die Mandeln, die Datteln, die Chiasamen und das Mandelnmus in einen leistungsstarken Mixer und verarbeite sie zu einer krümeligen Masse. Mit den Händen forme ich ca. 2 bis 3 cm dicke Bällchen, die man anschließend je nach Geschmack in Kokosraspeln oder Backkakao wälzen kann. So, die leckeren Bällchen sind schon fertig und sollten bis zum Servieren im Kühlschrank aufbewahrt werden. Aus dieser Zutatenmenge habe ich genau 19 Bällchen zaubern können. Probiert sie unbedingt mal aus. Sie sind gesund und total lecker. Für weitere Rezeptideen könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren. Und jetzt sage ich nur noch Tschüss, bis zum nächsten Mal.